Ihr könnt euch hier frei bewegen in der Gondel, ne? Ihr könnt hier noch herlaufen, alles anfassen, dann nichts kaputt gehen, abschließen oder so. Ach du Scheiße. Wir würden noch besser. Wir würden noch besser, wie ach du Scheiße. Ich glaube bis zu Oh mein Gott kommen wir heute auch noch. Und da ist Riesenrad. Mein Gott. Ich bin echt cycling. Warum? In den Höhen. Naja, aber ich glaube es... Ich meine, man kriegt schon mal 70 Meter geboten, ne? Ja. Es gibt nicht viele Häuser, die so hoch sind. Gut, wir sind jetzt auch nicht in Frankfurt oder so. Mit den ganzen rücken Krattern. Ja. Oh Gott. Ach du Scheiße. Das hat mir nicht gefallen. Aber höher gehts nicht. Wenn dich das halt stört, dann schmeiß einfach nach draußen. Genau. Geht es schnell wieder runter? Bitte? Gleich. Es wird genauso schnell rauf, runter, wie wir hochgekommen sind. Ja. Äh...